Herr Lammert, mich würde Ihnen interessieren, wie lange Sie noch machen. Also wie lange sind Sie noch zweiter Mann am Start? Kurze Frage und bitte. Fernsehproduzent, ich muss doch die Gelegenheit nutzen, um Sie zu fragen, wie zufrieden sind Sie denn mit der politischen Auseinandersetzung in den klassischen Formaten des Politischen im Fernsehen? Also in erster Linie in den sogenannten Talkshows, wo den Bürgern ja nahegebracht werden soll. Das ist die politische Auseinandersetzung. Wie zufrieden sind Sie mit dem, was da läuft? Danke. Ich war fast stolz auf mich, dass ich das Stichwort Talkshows tapfer vermieden hatte. Und jetzt fragen Sie mich dann. Mir fällt zu Talkshows nichts mehr ein. Also alles, was mir dazu eingefallen ist, habe ich gesagt. Ich halte es auch aufrecht. Bin aber nicht programmverantwortlich. Ja, und die andere Frage ist auch leicht zu beantworten. Die Legislaturperiode dauert in Deutschland vier Jahre. Anzeichen für eine Verkürzung der Legislaturperiode kann ich nicht erkennen. Und abwählbar ist ein Bundestagspräsident nicht. Aber wann wollen Sie denn Schluss machen? Ja, gucken wir mal. Ja, ich bin dann. Ja, ich bin dann. Vielen Dank.